Mache ich erst ne? Geh jetzt schon. Geht's noch? Hallo, kannst dich mal längst ins Bett legen? Musst du kotzen? Hallo, zieh dich mal aus. Leg dich mal normal ins Bett mit Blümmer und so. Kannst doch nicht so auf dem Bett pennen, morgen hast du voll die Schmerzen im Bein. Hallo? Ja. Kriegst du überhaupt noch was mit? Nee. Mal Video, Youtube. Markus, da ist mein Mann. Na kotzt doch einfach. Soll ich dann mal anrufen? Soll ich die Ute mal anrufen? Ich ruf die Ute an. Nein, Mann. Oh nein, Mann. Hä? Der kotzt jetzt gleich erstmal ordentlich. Ja, der kotzt nämlich nicht. Das ist das Problem. Dann würde er wieder nüchtern. Ja, höh. Dann geh doch ins Bett, wenn du müde bist. Dann zieh dich aus und leg dich ins Bett von der Frau. Oh Mann, oh Mann. Leid links. Der ist ja wach morgens so auf wie der jetzt da sitzt, ne? Ja. Hallo. Markus. Markus? 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 Säschel? Der hat nur drei Bier und den Jägermeister-Energy getrunken. Drogen aber nicht, oder? Penn doch jetzt mal, ey. Markus? Markus? Jetzt rein dich nochmal zusammen. Leg dich mal nochmal hin. Nee, muss sein. Hauptsache leg dich da längst hin. Dann hat er morgen völlig Schmerzen in den Beinen und alles eingeschlafen. Hörst du noch was? Ja. 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 Ja.